Hallo zusammen, heute wieder ein neuer Podcast aus Taunusstein von der Firma Tertrone GmbH. Aus der Silbersprachstraße 10. Genau, von Sebastian und Peter. Richtig, heute zum Thema Brandmänneranlage und Inkopplung mit Alarmserver. Ja, die Frage ist, warum braucht man eigentlich einen Alarmserver an einer Brandmeldeanlage, weil eine Brandmeldeanlage an sich, die in vielen Bereichen gesetzlich vorgeschrieben ist, ja eigentlich so schon ein geschlossenes System ist und eigentlich alles kann. Richtig, aber ihr habt ein gutes Beispiel, stellt euch vor, ihr habt einen Brandmeldeanlage oder einen Brandalarm in der Pflegeeinrichtung oder in einem Klinikum. Stellt euch vor, Pflegeeinrichtungen, das sind die ganzen älteren Herrschaften. Also ich zum Beispiel. Na, die noch älteren. Die Pflegebedürftigen. Und es geht die Sirene von der Brandmeldeanlage an. Es kann ja sein, dass ein Fehlalarm ist, vielleicht hat irgendwie der Opa Herbert der Tür geraucht oder so. Genau, kann ja passieren. Und dann geraten die Pflegebedürftigen wirklich in Panik und wollen alle sofort raus. Das ist ein Riesenaufwand. Verständlich. Deswegen gibt es zum Beispiel, ja schlechtes Thema, deswegen gibt es da zum Beispiel die Kopplung der Brandmeldeanlage über einen Alarmserver mit der Telefonanlage. Und das heißt, in der Pflegeeinrichtung, wenn da ein Brandalarm aufläuft, dann gehen nicht die Sirenen an, sondern das komplette Pflegepersonal wird über ihr Decktelefon oder Telefon gerufen über einen Alarmserver mit dem Hinweis, Achtung, Brandalarm, Etage 2, Zimmer 250. Beim Herbertl. Meistens sind die Namen nicht dabei, Pflegebetriebsstätten. Wir müssen uns das mal durch, die Belegschaften. Auf jeden Fall, die kriegen einen Anruf auf dem Decktelefon, Hinweis, Brandalarm, nehmen es entgegen, kriegen meinetwegen eine Ansage oder wenn sie Text-to-Voice haben, die Meldung von der Brandmeldeanlage, die meinetwegen über S-Paar reinkommt. Können wir gleich nochmal drüber reden. Umgewandelt in Sprache, wissen dann genau, Achtung, ich muss das Stockwerk 1 räumen. Und dann geht das ganze Pflegepersonal hin und fängt nach Notfallplan an, das Gebäude zu räumen. Entsteht keine Panik, sondern die machen in Ruhe, räumen das frei. Klar, wenn dann die Feuerwehr schon mal vorfolgt mit Tatütata, das ist Schluss mit dem Stillenalarm. Aber das ist ein Beispiel, der Brandmeldeanlage. Und da habe ich mich mal unterhalten mit einem Brandmeister. Ja. Und da ging es auch darum, jemand im Krankenhaus räumt, ich habe da auch das gelernt, Evakuierung ist nicht Räumung. Eine Evakuierung ist was geplantes, eine Räumung heißt, alle raus, weil es eben brennt. Und auch eine Räumung kann man geordnet machen. Wie du gerade gesagt hast, sonst rammeln sich vielleicht Leute auf dem Flur tot oder bricht Panik aus. Aber der Hauptgrund war, die Feuerwehr kann gerade im großstädtischen Bereich innerhalb von zehn Minuten da sein. Müssen sogar. Müssen sogar. Das ist eine Vorschrift, ne? Ja. Genau. Jetzt ist aber die Frage, wie du richtig gesagt hast, wie kriege ich die ganzen Leute raus? Und wir haben oftmals das Problem, dass man auch den Brand vielleicht auch zu spät bemerkt. Meistens ist ein Schwellbrand, viele Leute ersticken da dran. Und es war die Frage eben auch eines Brandmeisters, der gesagt hat, wie bekommen wir jetzt eigentlich hin, dass genügend Personal bereitsteht, diese ganzen Mitmenschen, diese Bewohner rechtzeitig aus dem Gebäude zu schaffen. Genau, in dem Fall gibt es im Gegensatz zum Schwesternruf, wo wir einen Pflegebetrieb mit 100 Betten, dann reicht eine sechskanalige Alarmsäure meinetwegen, um die Pflegeschwester zu rufen. Ja. Für die ganz normalen Bettenalarmgeschichten. Aber im Brandmelderfall, im Brandfall ist meistens die Vorgabe von der Feuerwehr, das ganze Diensthaben, Pflegepersonal oder auch meinetwegen anderes Personal parallel. Das heißt, wir brauchen eine größere Anzahl von Kanälen, da kann der ECO 100 vielleicht an die Grenzen kommen, deswegen kommt da vielleicht der 200er zum Tragen mit den 30 Kanälen. Da wird auch der Hausmeister gerufen. Alles, was rumlaufen kann, helfen kann. Die werden dann instruiert, Leute, wir müssen Station 1 räumen oder 2, wie auch immer. Und die Leute rausschaffen. Und die Leute, dann ist einfach die Manpower gefragt. Genau. Und was ich mal gehört habe, was im Pflegebereich, die haben Notfallpläne und das ist jetzt sehr traurig, aber die versuchen wirklich so viel wie möglich zu retten. Und wenn man sich überlegt, wir haben da eine zierliche Pflegekraft, die so 150 Kilo man raustragen muss, das wird sich im Andrück gemacht. Ja, so ist das. Das wird nichts. Also so viel wie möglich, genau, das ist so die Maßgabe. Also in Brandmelderanlagen oder der Alarmserver ist jetzt eben keine Brandmelderanlage. Manchmal wird das gedacht, naja, ich habe einen Alarmserver, da brauche ich keine Brandmelderanlage. Ganz im Gegenteil, also die Brandmelderanlage ist vorschrifft, die brauche ich. Schon wegen Rauchmeldern, das eben entsprechend signalisiert wird. Und eine Brandmelderanlage ist auch zu einem gewissen Maß resistent gegen Abfackeln, sage ich mal. Die besteht im Raum, wenn dort entsprechend Feuer entsteht, muss die eine Zeit lang arbeiten können. Nicht nur im Raum, auch die ganzen Kabel. Das sind spezielle Brandmelderkabel, die haben eine Feuerschutzklasse, ich weiß nicht, wie es heißt. Die sind halt für gewisse Temperaturen ausgelegt. Ja. Genau. Und es setzt eben kein ganz normales LAN-Kabel. Genau. Nächstes Beispiel ist, wenn wir eine öffentliche Einrichtung haben. Ja. Die sind ja ab und zu in historischen Gebäuden untergebracht. Denkmalgeschützt. Denkmalgeschützt, genau. Zum Beispiel, ja. Und dann kommt die Feuerwehr her und sagt, pass mal auf, die haben spezielle Messverfahren, wo die schauen, wie stark die, oder wie laut die Brandmelder-Sirenen zu hören sind. Und da gibt es vielleicht im Seitenwinkelbereiche, wo der Schallpegel von den Brandmelder, von den Feueralarmsirenen zu leise ist. Und die haben die Anforderung dann als ergänzende Information, die Telefone anzurufen. Dann kommt wieder die Kopplung, Brandmelderanlage, Alarmserver, Telefonanlage. Und wir rufen dann die Endgeräte an, die Tischendgeräte, von den Büros im Seitenflügel. In Duisburg erscheint dann ein Hinweis, Achtung Brandalarm. Die Mitarbeiter nehmen das Gespräch, das Telefon entgegen und kriegen dann eine Ansage, Achtung Brandalarm. Wenn du selber weißt, da ist jemand. Richtig, genau. Und wenn die TK-Anlage unterstützt, können wir sogar das direkte Ansprechen ansteuern. Das heißt, die Endgeräte gehen ins automatische Freisprechen und fungieren wie eine Lautsprecheranlage. Was mache ich das, wenn jemand telefoniert? Was passiert dann? Ja, es kommt auf die TK-Anlage an. Wir können Gespräche trennen oder uns aufschalten. Also nur trennen. Das ist aber eine Sache von der TK-Anlage, ob die das auch kann. Nottrennen, genau. Und dann würde beim Aufschalten zum Beispiel, bekommt der Anrufer ein Aufmerksamkeit und dann kommt eine Ansage. Achtung Brandalarm, irgendwas, eine Ansage, genau. Beim Nottrennen ist es so, das Gespräch wird getrennt und wir schalten uns auf das Endgerät. Alles klar. Das sind so die Sachen. Aber TK-Anlage abhängig. Muss man schauen, welche TK-Anlage das kann. Ja, vielleicht noch ergänzend, wir haben jetzt viel gesprochen darüber, warum ein Alarmsurfer plus eine Brandalarm-Anlage sinnvoll ist. Wie schließe ich jetzt so einen Alarmsurfer an eine Brandalarm-Anlage an und was für Möglichkeiten gibt es da? Genau, also wir machen es ja andersrum. Die Brandmalarm-Anlage wird bei uns angeschaltet. Ah, genau. Gut. Also es geht auch auf den umgekehrten Weg, da kommen wir zum Schluss mal drauf. Also die einfachste Kopplung ist einfach, dass die Brandmalarm-Anlage, wenn sie einen Brandalarm hat, einen Kontakt schaltet. Das heißt, wir bekommen über einen Kontakteingang eine Meldung, es läuft ein Brandalarm. Genau. Und dann? Dann rufen wir meinetwegen einfach die Telefone an und sagen Brandalarm. Das ist aber wirklich ein Kontakt, eine Meldung. Aber wir können im Prinzip innerhalb, weil wir wissen, welcher Kontakt das war, dann über den Mittel, Achtung, Feueralarm, Phonegebäude so und so. Genau, das war der kleinste Stufe. Es gibt Brandmelderanlagen, die können mehrere Kontakte schalten für mehrere Meldelinien. Meldelinien, stell dir vor, du hast ein größeres Gebäude, meinetwegen in der U-Form. Und du hast dann pro Etage meinetwegen drei Meldelinien für den mittel- und für den linken- und rechten Teil und je Stockwerk. Das heißt, wenn du zehn Stockwerke hast, hast du meinetwegen 30 Meldelinien. Und wir würden dann, wenn es 30 Kontakte wären, könnten wir pro Kontakt schauen, pass mal auf, Meldelinie 1, 2, 3, 4. Und könnten entsprechende Rundrufe oder Alarme starten. Für die Stockwerke. Je Stockwerk, genau. Und könnten also bei Stockwerken spezifisch dann auch räumen. Genau. Dann gibt es Notfallkonzepte, die werden meistens mit der Feuerwehr ausgearbeitet. Und da wird dann geschaut, wie groß ist das Geburt, wie viele Treppenhäuser gibt es. Und wenn der Brand in einer Etage detektiert wird, ob dann erst oben drüber alarmiert wird oder oben drunter, dann ist es erstmal die Etage selber. Genau, dass man halt schaut, wie die Fluchtwege am besten ausgelastet sind. Aber das machen die Feuerwehren meistens mit den Bauherren. Die machen dann Notfallpläne, genau. Das war jetzt nur das Thema Kontakte. Kontakte, genau. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Genau, es gibt noch die Espa-Schnittstelle. Die ist europaweit sehr weit verbreitet sogar. Ja. Genau. Die gibt es in der seriellen Variante. Nennt sich Espa? 444 ist der aktuelle Standard. Okay. Wobei aktuell, wenn man sich die Dokus anschaut. 20 Jahre, ne? Ist schon ein bisschen älter her. Aber ist einfach ausgereizt. Ich meine, da hat man sich einmal geeinigt. Wir machen hier den Standard. Ja. Und sehr, sehr, sehr viele Brandmeldanlage oder andere Gewerkhersteller haben sich darauf spezialisiert, das Protokoll zu setzen. Standard-Standard-Protokoll ist bei 444 seriell. Richtig, genau. In dem Fall seriell. Das heißt, wir haben ein serielles Kabel. Sieht ein bisschen aus wie so ein Monitorkabel mit so einem D-Sub-Stecker. Ja. Genau. Serielle Leitung hat halt den, ja, hat den Nachteil, geht so 12 bis 15 Meter umgeführt. Das heißt, Brandmeldanlage und Alarmserver müssen halt sehr in der Nähe stehen. Müssen in der Nähe stehen. Genau. Müssen sich auf jeden Fall, müssen verbunden werden können. Genau. Das ist die Sache. Wir können natürlich, genau, das ist das RS-232-Protokoll. Mhm. Dieses 13 bis 15 Meter, 12 bis 15 Meter, genau. Dann gibt es noch andere Protokolle für die Serienverbindungen. Das ist RS-422 zum Beispiel. Ja. Das geht dann schon per Viertrad. Ein paar hundert Meter. Bis zu tausend sogar. Bis zu tausend. Genau. Also ein Kilometer. Richtig, genau. Aber hat den Vorteil. Genau, wir können über eine strukturierte Verkabelung zum Beispiel, können wir uns das größere Gebäude schalten. Genau. Gibt es dann so einen kleinen, genau, bei uns im Portfolio gibt es so einen Adapter. Ja. Der macht dann aus RS-232, RS-422, hat sogar ein Stromnetzteil, ein Steckernetzteil, damit es ein bisschen gepowert ist. Genau, kann man anbinden. Und was mache ich denn jetzt, wenn ich einen Campus habe und ich habe jetzt ein Gebäude, was weiter weg sitzt, das ist ein Kilometer? Da ist die Frage, was hast du da in Verbindung? Ja, ich möchte es gerne. Ich hoffe mal, eine gesicherte IP-Verbindung. Ja, könnte ja sein, wahrscheinlich. Also gehen wir davon aus, dass heutzutage doch sehr, sehr stark die IP-Verbindung vorangetrieben wird. Indogazer Campus. Ich denke ganz klassisch an einen Universitätscampus oder einen Klinikumcampus, wo die einfach wirklich viele, viele Gebäude haben und wirklich auch ein eigenes IP-Netz betreiben. Genau. Und dann können wir zum Beispiel beim DAX-Eco 200 Satellites anbinden. DAX-Satellites anbinden, das ist die gleiche Bauform vom DAX-Eco 100, nur halt in der Funktion eines Satellites. Das heißt, das ist ein abgesetztes Alarmserver-Teil, muss man so zu sagen. Der sammelt die serielischen Stellen oder Kontakte auf, leitet die über eine verschlüsselte S-by-X-Verbindung. Also S-by-X heißt? Das ist einfach die XML-basierte S-by-X-Stelle. Genau. Haben wir einfach, genau. Ich kann sagen wir, weil T-Tronic ist mit der Treiber, der S-by-X-Stelle. Der Gründer. Genau. Wir haben auch, glaube ich, auch die S-by-X-Organisation unter uns. Ja, genau. Genau. Und wir haben halt für uns die Mikro-S-by-X-Stelle, die ist halt die Verbindung zwischen diesem abgesetzten Anlagenteil, dem DAX-Satellite und dem lokalen DAX 200 oder 300. Ja. Genau, die Verschlüsselverbindung da. Genau. Und so haben wir wirklich die Möglichkeit, externe oder Bereiche auf dem Campus, die jetzt weiter weg sind, mehr als 1000 Meter miteinander zu verbinden. Oder eben auch nähere natürlich genauso über LAN zu verbinden. Über IP, genau. Richtig. Jetzt haben wir so ein bisschen was über Brandmelde erzählt. Ich glaube, ein neues Thema werden wir jetzt hier sicherlich nicht besprechen können. Aber was sehr interessant ist, das Thema S-by-X. Richtig. Da gibt es eine ganze Menge auch Feinheiten. Ist das richtig? Ja. Was das Protokoll angeht und so weiter. Wollen wir dafür einen neuen Podcast aufmachen? Ich glaube, das wird Sinn machen. Dass wir uns mal richtig vorbereiten, ein bisschen Zeit nehmen und mal 5, 6, 7 Minuten über SBX sprechen. Ja, ich glaube, das macht Sinn. Wollen wir das so machen? Gerade wenn wir es einrichten vielleicht auch und so. Das wäre sogar noch ein separater Podcast. Weil wir könnten ja eigentlich einen machen über SBX allgemein, was das kann. Und einen auf der Einrichtungsseite. Das überlegen wir uns. Wollen wir das machen? Okay. Wie vorhin schon gesagt, wir schalten die Brandmelde-Lage an den DAX-Alarm-Server an. Es gibt aber auch den umgekehrten Weg. Und zwar, unsere Alarm-Server haben ein Letztfehler-Melderelais. Das heißt, wenn der Alarm-Server irgendwie gestört ist, ausfällt, aus irgendeinem Grund, dann schließt es eigentlich gar nicht vor. Nee, das kommt auch ganz, ganz selten vor. Aber es könnte ja sein, dass das mal vorkommen sollte. Und für genau diesen einzigen Fall, den wir haben, oder für den seltenen Fall, können wir ein Letztfehler-Melderelais schalten. Und der kann zum Beispiel auf einer Brandmelde-Lage auflaufen als Störmeldung. Und dann gibt es über die Brandmelde-Lage eine Fehlermeldung, die signalisiert dann, der Alarm-Server ist ausgefallen. Und dann weiß der Mann vom Leitstand, das muss ich mal gucken. Richtig, genau. Ich habe da was zu kontrollieren. Also, sehr interessant, ja. Kann man natürlich auch für andere Zwecke einsetzen, oder? Richtig. Wir können auch, vielleicht vorabgegriffen, wir sind gerade am Entwickeln eines Letztfehler-Melderelais mit einem optischen, akustischen Alarmgeber. Ja, genau. Es ist ganz wichtig, dass man weiß, der Alarm-Server ist momentan nicht aktiv, aus irgendeinem Grund. Sei es, dass der Strom ausgefallen ist, oder sonst irgendwas. Genau, das war, glaube ich, eine Anforderung aus der DAX-Med-Schiene, dass die Schwester am Schwesternstützpunkt eine Meldung bekommt, eine optische und akustische Achtung, der DAX-Med-Alarm-Server hat ein Problem. Ja, da haben wir natürlich auch was anderes vorliegen, nämlich ein Medizinprodukt mit dem DAX-Med. Und da gibt es noch mehr Sicherheitsvorschriften, die man berücksichtigen muss. Und da ist sicherlich sowas relevant, dass man, wenn das aber nicht läuft, es wie zu spät erfährt, sondern es muss sofort sichtbar sein. Sofort, genau. Aber über DAX-Med darf ich persönlich gar nicht sprechen, weil ich kein ausgebildeter Medizinprodukteberater bin. Das heißt, wenn wir darüber sprechen wollen, müssen wir am besten den Herrn Lichtenberg mal einladen. Ich habe mal so eine Ausbildung gemacht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Herr Lichtenberg das machen würde. Macht er auch. Dass er sich mal her setzt. Ja, klar. Also wenn DAX-Med für euch ein interessantes Thema ist, dann schreibt uns das und sagt kurz, ja, DAX-Med wäre interessant für den nächsten Podcast und dann machen wir einen daraus, ja? Genau. Okay, gut. Dann sagen wir nochmal Tschüss. Schnitt. Bis zum nächsten Mal.